ist ein vergleich da ne genau da leuchtet es gleich hallo sehr schön der dicke ist wieder da hier muss man den oh scheiße ach das war gut ja ich hab gedacht da sind wir doch nicht doof jetzt bin ich doch hier nicht verarschen ja man wird schon ein bisschen strategischer irgendwie auch dass man der mal einfach die tür zu macht oder so wie du die wie du dein instrument spielst auf jeden fall hier oben ist es da oh ja gut ist es im trauen das ist ja wie weihnachten ich werde beinahe runter gefallen das wäre ein bisschen hoch gewesen glaube ich ja das hätte Aura gemacht. Oh, das habe ich bei Daisy immer so gehasst. Wenn du dann runtergefallen bist, hast dir ein Bein gebrochen und konntest dich irgendwie nicht so selber umbringen. Und bis du die ganze Zeit rumgekrochen musst, musstest dein Charakter dann, was weiß ich, lange leben lassen, bis er endlich stirbt, oder? Ja. Wo geht's denn weiter? Ja. Ich laufe dir mal hinterher, das ist gut. Ja, siehste. Ich glaube, hier gibt's auch viel mitzunehmen. Ja. Hier gibt's alles. So. Munition ist bereits voll, Gesundheit ist auch voll, das ist gut. Ja, Gesundheit und Munition voll, das ist immer gut. Mhm. Aber er hat, äh, kann nur 10 Schuss tragen, irgendwie. Das finde ich... Viel, ne? Nö, das ist echt nicht viel. Sehr gut. So, wir gucken geradeaus. Links ist ein Feuertyp. Ja. Ich glaube aber, den können wir ein bisschen umlaufen. Ich denke auch. Der kann doch irgendwas anderes anzünden. Mhm. Ist aber auch nervig. Erst entflammt da die halbe Welt und dann... ...meckert, äh, läuft da einer noch die ganze Zeit hinterher. Boah, da ist noch einer. Aber schön, wie die so umfallen. Das stimmt. Oh, schön, schön laden. Oh, Mann. Ey. Dass ich den nicht treffe. Das gibt's doch gar nicht. Ja, manchmal ist das echt schwierig, aber... Ähm, die kommen aber auch ganz doof angelaufen. Ich hab auch das Gefühl, dass da so eine kleine... ...KI drin ist. Wenn du gerade nachlädst, kommen die angelaufen. Ja, so wie jetzt. Scheiße. Ich lade nämlich gerade nach und jetzt kommt der angelaufen. Nee, das gibt's doch gar nicht. So, Schweinehund. So, geb ich mir lieber nochmal ne Spritze. Ja, das ist scheiße. So. Manchmal macht's Sinn, die vorher zu töten, doch. Hm, stimmt, ja. Denkt man, man kann sie umlaufen und... Ja. Also wenn sie so zu nah dran sind. Mhm. Wie dir ja nicht. Oh, nein. Deine Gesundheit ist... Hier ist nur Energie, falls du brauchst. Nee, das ist das Munition. Ist ja Munition auch drin. Nee. Nur hier so ne... Doch, hier, für Schrotflint ist hier was. Na gut, das hilft mir nicht so sehr. Okay, ich komm mal wieder raus. Ja. Können wir gleich mal gucken. Mhm. Ach, scheiße, ich muss von hier. Ich komm mal hier über den Damm oder Brücke, oder was das ist. Genau. Die Enten haben sich eben da auch schon gemeldet. Oh, rechts wird geballert. Ja, wir kommen der Sache jetzt näher, würde ich sagen. Mhm. Der Ballerei. Ist auch, ähm... Oh, scheiße. Ah, geht's, oder? Oh, shit. Wo ist denn diese Saatmuti? Da oben auf dem Dach, wieder. Mhm. Ach, scheiße, ich hab sie verfehlt. Ah, jetzt hast du sie. Aber lebt immer noch, ne? Nee, jetzt muss es vorbei sein. Ja. Okay. Ich glaube, unsere Freunde sind echt nicht weit. Mhm. Zumal das ja auch wieder nur ein, ähm, Endgegner ist, oder wie man das auch immer nennen möchte. Ja. So, ich hab das mal kurz gemacht, weil... Ich glaube... Oh, shit. Oh, Hunde. Hunde. Ist hier noch einer? Ich weiß... Ja, da ist noch einer. Ja, gut. Ja, dafür ist die Waffe echt gut. Mhm. Ja, ich hab auch die Vermutung, dass die hier irgendwo sein könnten, jetzt unsere Gegenspieler. Gegenspieler. Wir brauchen auf jeden Fall Munition. Ja. Oh, hier links was geballert. Ich hab jetzt geschossen, statt zu markieren. Ja, das ist auch gut. Oh, Baller. Scheiße, die sind ziemlich nah. Mhm. Hier ist nichts irgendwie... Gucken, man müsste doch hier zum Dunkeln, äh, das Mündungsfeuer vielleicht sehen. Eigentlich schon. Oh, hier ist noch, äh, was zum Einsammeln. Oh, gut. Aber ich glaube, ich bin soweit ganz gut ausgestattet. Ja, jetzt könnte man versuchen, zu dem Vieh zu laufen. Mhm. Ja, ich war auch gerade am überlegen, wie heißt er denn nochmal hier? Ist er schlechter, oder? Ah ja, stimmt, genau. Das ist auch... Oh, sonst kommen wir einfach zum Schlechtern, ne? Ja, laufen. Ich glaube, das muss man hier langen. Ich hoffe nicht, dass ich jetzt gleich in Gegner reinlauche. Ich glaube, die kommen aus der Gegend. Also, es hat sich so angehört. Ja, ne? Ich denke auch. Aber okay. Ist noch mehr Munition. Aber da müssen sie ja durch. Ja, vor allem wir, ne? Naja. Oh, ja. Ja, doch. Das Geballer kommt aus der Region. Vielleicht geballern die den ja schon. Wenn es gleich Peng macht, ne? Und ich tot bin, dann... Ja, manchmal ist es so, man traut sich ja auch gar nicht so richtig, ne? Also, wenn man jetzt einfach nur so stur gerade ausläuft, dann... Ab und zu versuche ich dann nochmal zu hüpfen, aber ob das was bringt? Oh. Hier gibt's Stacheln. Hier sind auf jeden Fall schon welche durchgekommen. Danke, Pferd. Hier gibt's bestimmt viel Munition und alles. Ja, hier ist alles voll. Ah, gut. Ja. Tools. Oh. Die guten Tools. Und steht hier weg, hier in die Scheiße. Hm. Sorry. You cannot carry any more. Okay. Dann lassen wir das. Nicht mehr tragen können. Ja, durch dieses scheiß Wasser. Hm. Äh, diese Wasserteufel, die gehen mir so um. Sag... Ich find das Geräusch so übel und dann blutet man auch wie sonst was. Oh ja. Ich seh ihn. Er kommt. Oh nein. Okay. 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 Ich hoffe, ich konnte ihm wegballern. Ja. Hast du. Sehr gut. Ah, das ist der nächste. Vor uns. Ah, weg. Ah ne, jetzt ist er wieder aktiv. Oh ey. Das ist echt so. Gerade du kommst dann raus, dann blutest du. Dann hast du noch so einen blöden Zombie vor dir. So, genau, aber schnell, schnell erledigt. So eine Nachladung, mich heil. Hm. Also das ist hier wieder so eine Stelle. Es ist dunkel. Und die könnten wirklich in jeder Ecke irgendwie hier hocken. Richtig. So, ich werd jetzt mal meine Big Mama laden. Mal gucken, dass hier keiner hockt oder so. Weil was mich wundert. Dass die noch nicht, ähm, den schlechter verbannt. Ja. Hat es rot geleuchtet oder weiß? Hast du darauf geachtet? Ne, leider nicht. Es hat gar nicht geleuchtet. Das ist komisch. Jetzt, äh, hat es rot geleuchtet. Komplett aber. Ja gut, ich glaube, das ist normal. Hm. Warte, ich frem noch mal kurz. Oh, ich seh ihn. Ich seh ihn. Die sind, ähm, da so. Hm. Okay, das ist ja gut. Dann bleib ich erst mal hier stehen. Weil du ballerst ja von da. Ich muss natürlich aufpassen, hinter mir kommt schon wieder ein Zombie an. Es geht leider nicht. Du kennst ihn zu. Oh. Der war auch ziemlich nah rechts von mir. Du hörst ihn, glaube ich, ja. Entweder er kommt jetzt hier von rechts gleich. Jetzt höre ich hier Wasser. Boah, es ist manchmal so ein bisschen schwierig zu hören. Da geht jetzt eine Holzplanke lang. Ich glaube, er ist über dir auf dem Dach. Das war noch zwei, das war scheiße. Keine Chance. Mit mir.